Hier in Berlin gibt es auch sehr viele Tauben. Hier ist eine Taube. Seht ihr sie? Ich versuche mich mal der Taube zu nähern. Ich pirsche mich an. Ich gehe leise auf die Taube zu. Aber die Taube scheint ein bisschen Angst vor mir zu haben. Sie geht weg. Aber es ist schon eine sehr große Taube. Normalerweise sind die ein bisschen kleiner. Jetzt fliegt sie weg. Die Taube sitzt auf dem Baum. Der Taube ist ein bisschen größer. Vielen Dank.